Pilatus aber schrieb eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, von Nazareth, der Judenkönig, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Überschrift lasen viele Juden, denn die Städte waren nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuziget ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprachen. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus. Schrecklich für Judenkirch! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020